Fensterkonzert Teil 13. Wir haben wieder Reisefrau hier. Hier, 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 wie du wieder reisen? Ich bin der Klicke, Micky. Hast du schon einmal in Asien? Ja, ich war heuer im Heiligen Land, in Israel. Ich bin im toten Meer geschwommen. Aber wegen Corona mussten wir frühzeitig nach Hause. Ich war schon in Sidi, in der Türkei. Ich war in China, bei der Mauer, bei der Großen. Da war ich auch bei den Kollegen in Dubai. Da haben wir gesehen, das wunderbare Ausland. Super, super, super. Du warst schon einmal in Australien? Ja, auch mit einer Musik-Tournee 1997. Da waren wir bei Sydney und in Brisbane. Du warst schon einmal in Amerika? Ja, da war ich auch schon. An der Nordseite, Minnesota, North Dakota. An der Ostseite, bei New York. Und auch bei deiner Heimat waren wir, bei deinen Kollegen in Florida. Yippie, yippie, yippie! Warst du schon einmal in Afrika? Ja, zweimal in Tunesien, dreimal in Ägypten, der alte Könige Luxor und in Südafrika bei Kapstadt. Und in diese Stadt habe ich mich verliebt. Möchtest du was hören? Ja, bitte, bitte! Ja, bitte! Ja, bitte! Ja, bitte, bitte! Ja, sehr schön. Und das war schon einmal in Südamerika. Nein, da war ich noch nicht. Da möchte ich unbedingt hin zu der Christo-Statue nach Rio de Janeiro und auch natürlich nach Sao Paulo zu meinen Verwandten. Aber Südafrika ist wirklich sehr schön. Cape Point, Daybik 5, Robben Island. Cape of Good Hope, Cape Town, Cape Town, City of my dreams, Cape Town, Cape Town. Cape Town, City in my life, Cape Town, Cape Town, City in my heart, Cape Town, Cape Town, the city I love. Cape Town, Cape Town, Cape Town, City of my dreams. Aber warst du auch schon einmal in Europa? Ich bin ja im wunderschönen Niederösterreich auf die Welt gekommen. Natürlich war ich schon in Europa. Ich war in Jugoslawien, seinerzeit bei der Schiffsreise. Dann war ich in Bulgarien. Fünfmal am Schwarzen Meer. Dann war ich in Rom. Dann war ich in Venedig bei Karneval. Dann war ich in den griechischen Inseln. Und wo war ich denn noch? Wo war ich denn noch? In Brüssel. In London. London. Und ich war in München, Deutschland, natürlich, rauf bis Aachen, Köln, Nürnberg, Budapest, Prag. Alle unsere Städte. Und auch in Thelon, bei Gaudi. Das war schön. Und natürlich auf Teneriffa, auf Mallorca und auf Ibiza. Ibiza, weißt du auch? Da habe ich aber viel fotografiert. Ui, da hast du viel fotografiert. Was hast du da viel fotografiert? Hast du auch gefilmt? Ja, da habe ich auch gefilmt. Ui, ui. Ich glaube, da muss ich jetzt. Und da. Ich glaube, da muss ich jetzt aufbauen, ich glaube, da muss ich jetzt aufbauen.